Hallo Freunde von Dr.Bott. Ich war heute mal wieder am Nord-Ostsee-Kanal. Genauer gesagt an der Luhnaumündung, was ja immer eigentlich ein guter Spot sein soll. Ja, dort habe ich meine gesamte Köderkiste einmal durchgezogen. Sprich, Gummifische in allen Farben, Wobbler und hast du nicht gesehen. Ja, sollte irgendwie nicht sein. Mein Arbeitskollege meinte, das liegt wohl auch am Wetterwechsel von ganz warm zu ganz kalt und huu und haa, aber ich meine, mal ganz ehrlich, irgendein Barsch oder so könnte doch mal anbeißen. Denn dem ist das doch wahrscheinlich völlig egal. Aber gut, sei es drum. Nix dran. Ja, eine schöne Angelei mal wieder. Ist immer wieder klasse hierher zu fahren am Kanal. Auch wenn es im Moment noch nicht so richtig läuft. Aber die Leute haben ja schon ihre Zander gefangen. Habe ich vor ein paar Tagen vom anderen Angler gehört. Ich noch nicht. Aber wir arbeiten dran und ich freue mich, wenn er dann endlich dran hängt. Das war es erstmal. Alles Gute und bis bald. Euer Dr. Bot.